Es ist beschlossen, 5000 deutsche Soldaten werden nach Litauen gehen, aber nicht für einen befristeten Bundeswehreinsatz, sondern für einen dauerhaften Einsatz in Litauen. Das heißt, diese 5000 Soldaten, die werden ihre Familien mitnehmen, wenn sie denn eine Familie haben. Litauen ist ein Land von 2,8 Millionen Einwohnern und Litauen ist ein NATO-Mitgliedsland. Diese 5000 deutschen Soldaten sollen die Ostflanke der NATO verteidigen, natürlich vor Russland, meine lieben Freunde. Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, der war jetzt gerade in Litauen, hat das alles vorbereitet und hat die Verträge unterschrieben. Aber was soll denn Anreiz für Soldaten sein, nach Litauen zu gehen, mit ihrer Familie nach Litauen zu gehen und dauerhaft dort zu bleiben? Also welcher Anreiz ist es, wie hoch ist der Anreiz und warum soll das Ganze im Endeffekt eigentlich nur der Abschreckung gegenüber Russland dienen, meine lieben Freunde? Alles in diesem Video, bleibt wieder bei mir und abonniert mich. Los geht's! Diese 5000 deutschen Soldaten dann dauerhaft in Litauen stationiert sind, das soll ja bis 2027 der Fall sein, dann soll das Ganze ja der Abschreckung dienen. Das heißt, wenn Russland darüber nachdenkt, Litauen einzunehmen, also anzugreifen, dann vielleicht eventuell über Litauen, Estland und Lettland den Zugang zur Ostsee gewährleisten zu wollen, dann sollen die natürlich mit den Knien schlottern und Angst haben und sagen, nee, es sitzen ja 5000 Soldaten in Litauen, das machen wir mal lieber nicht. Im Übrigen gibt es schon eine NATO-Kampftruppe, die nennt sich wirklich Kampftruppe, die jetzt schon in Litauen sitzt und zwar ungefähr 300 Kilometer entfernt von der russischen Grenze. Diese Kampftruppe umfasst 1200 Soldaten. Diese Soldaten kommen aus Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Norwegen. Und von diesen 1200 Soldaten sind alleine 800 aus Deutschland. Diese gesamte Truppe wird befehligt von Deutschland. Gucken wir uns mal an, diese 5000 Soldaten dann, die dorthin gehen nach Litauen von Deutschland aus, mit ihren Familien, wo werden die denn dann stationiert? Also wo werden diese Militärbasen, vier Stück sind es, dann auch entstehen Militärbasen inklusive auch zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten, so wie man es auch von größeren Militärbasen vielleicht aus Deutschland kennt, zum Beispiel die Airbase in Rammstein von den Amerikanern. Jedenfalls werden diese dort erbaut in Kaunas, Rukla, Vilnius und Rutningkai, wenn ich das mal richtig ausgesprochen habe. Diese Kasernen liegen dann auch circa nur 300 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Ich komme ja gleich dazu, warum 5000 deutsche Soldaten mit Anhang darüber nachdenken sollten, nach Litauen zu gehen. Also wie hoch ist der Anreiz? Und der ist schon immens, meine lieben Freunde. Ich möchte aber nochmal kurz zu dem Pistorius zu sprechen kommen. Oder auf den Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, der ja in sämtlichen Interviews immer von Kriegstüchtigkeit spricht. Dieses Wort haben sie sich natürlich nicht einfach so ausgedacht, sondern das Wort hat einen Hintergrund. Kriegstüchtig soll Deutschland werden? Ich hatte ja gerade in meinem letzten Video das Thema der Wehrpflicht, der Einführung oder Wiedereinführung der Wehrpflicht gemacht. Wenn der Pistorius über Kriegstüchtig spricht, meint er drei Faktoren damit. Auf der einen Seite muss das Material für einen Krieg zur Verfügung stehen. Das heißt, die Bundeswehr braucht mehr Geld, um dann natürlich Panzer und so weiter, das Material in ausreichenden Mengen da zu haben. Punkt zwei, das Personal. Das muss aufgestockt werden, natürlich über eine Wehrpflicht, die jetzt wieder eingeführt werden soll. Und Punkt drei ist die Bevölkerung. Die muss natürlich auch mitziehen. Das heißt, die muss jetzt geimpft werden, dass Deutschland wieder kriegstüchtig wird, meine lieben Freunde. Dass wir im Kopf haben, ja, wir können jetzt wieder in den Krieg ziehen. Das, was wir über Jahrzehnte nicht wollten, das ist dann wieder möglich. So, wir hatten ja Auslandseinsätze der Bundeswehr mittlerweile. Das begann ja 1995 in Bosnien-Herzegowina. In dieser Abstimmung damals, ob Deutschland wieder an Auslandseinsätzen, bewaffneten Auslandseinsätzen teilnimmt, da hat sich übrigens die SPD und die Grünen seiner Zeit dagegen ausgesprochen. Wie hoch soll der Anreiz denn nun sein für die 5000 Soldaten, die da dauerhaft, das muss ich immer dazu sagen, dauerhaft nach Litauen gehen? Und zwar muss man erstmal unterscheiden. Wenn nicht jeder Soldat, der da rüber geht dann, der ist natürlich auch in einer Bindung, der hat also nicht immer Familie. Also hat man Familie, geht die Familie mit nach Litauen, bleibt die vielleicht hier, wird eine Fernbeziehung geführt oder ist der Soldat vielleicht sogar ledig? Da muss man natürlich erstmal unterscheiden. Wenn Soldaten aktuell in Deutschland stationiert sind, verdienen die vielleicht dreieinhalb bis 5000 Euro. In dieser Spanne wird es wohl liegen. Dann gibt es natürlich jetzt schon einen sogenannten Zuschlag, der heißt Auslandsverwendungszuschlag. Wenn also deutsche Soldaten irgendwo im Ausland sind, irgendwo im Ausland eingesetzt sind. Das ist abhängig davon, wie die Belastung dort ist und die Einsatzbedingungen vor Ort sind. Es gibt sechs unterschiedliche Stufen. Immer diese Zahlungen sind immer steuerfrei. In Stufe 1 bekommen die Soldaten einen Zuschlag von 48 Euro. 48 mal 30 sind 1.440 Euro steuerfrei im Monat. Und in der höchsten Stufe bekommen die Soldaten 145 Euro pro Tag, sind 4.350 Euro im Monat steuerfrei. Diese Stufe 6 soll jetzt für den Litauenaufenthalt, diesen Daueraufenthalt, verdoppelt werden. Das heißt, diese Soldaten sollen dann also 8.700 Euro Zuschlag bekommen, steuerfrei. Und obendrauf natürlich ihren normalen Soldatensalär nochmal dazu, sodass die meines Erachtens nach irgendwo bei 13.000, 15.000 Euro im Monat dann landen. Die Soldaten, die gehen natürlich nicht ohne Material dahin, meine lieben Freunde. Der neue Leopard-Panzer 2A8, der ist jetzt gerade im Bau, also der wird jetzt gerade gebaut. Das ist der aller, aller neuste Kampfpanzer aus Deutschland. Der wird die Soldaten begleiten nach Litauen. Das ist doch wieder erstaunlich. Da passt doch schon wieder das eine überhaupt gar nicht zum anderen, meine lieben Freunde. Über die Presse und über die Politik wird doch nach außen getragen, zum Bürger. Aber Deutschland wäre aktuell nicht verteidigungsfähig. Aus zwei Gründen. Weil das Material nicht vorhanden ist, weil wir sehr, sehr viel Material, unter anderem Panzer, in die Ukraine schicken. Und weil das Personal nicht vorhanden ist. Und deshalb soll es ja auch diese Wehrpflicht geben. Aus der anderen Seite schicken wir 5000 deutsche Soldaten nach Litauen dauerhaft. Und die nehmen dann nochmal deutsches Material mit. Und zwar, was ganz aktuell ist, einen neuen Kampfpanzer nehmen die mit. Also wie gesagt, das passt ja überhaupt nicht zueinander. Schauen wir uns jetzt mal den Vergleich noch an. NATO zu Russland. Wir haben auf der einen Seite 31 Mitglieder, also Länder, die in der NATO sind. Diese 31 Länder haben Potenzial, ein militärisches Personal, Potenzial nenne ich das mal, von 5,8 Millionen. Also um es einfach zu sagen, da stehen auf der einen Seite 5,8 Millionen Soldaten, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite stehen in Russland 1,3 Millionen. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, 5,8 gegenüber 1,3, dass diese 5,8 nicht direkt Nase an Nase mit den Russen stehen. Diese 5,8 sind verteilt in der ganzen Welt. Wir haben also dann 1,3 Millionen militärisches Personal in Russland, was vorhanden ist. Und jetzt komme ich mal zu Litauen zurück. 1,3 Millionen gegenüber 5,000 Soldaten, die in Litauen sitzen und Russland abschrecken sollen, meine lieben Freunde. Naja. Ja, meine lieben Freunde, danke, dass ihr wieder bei mir wart. Bitte abonniert mich. Bis zum nächsten Video. Euer Lars. Euer Lars.